Ich hoffe, der Einblick in die Schi... Sogar schon beim CDF, oder? Ich stelle bessere Fragen. Ja, auf jeden Fall. Wie sehr haben dich die Zuschauer... Wie sehr haben die den Zuschauer... Digga, Alter... Guten Morgen Tischtennis Deutschland, hier aus der Rudi-Sedlmeier-Halle. Heute ist hier ein richtiger Großkampftag mit mindestens 8 und maximal 16 deutschen Spielen. Schönes Spiel, starker Zurückkampf und Dankeschön fürs Interview. Starker Zurückkampf. Oh, Sophia sieht heute echt gut aus. Ich wär soweit. Kurz an dich. Hier. Seriös. Guten Morgen Tischtennis Deutschland, hier aus der Rudi-Sedlmeier-Halle. Hinter uns wird schon gespielt und es wird heute ein richtig langer Tag mit, ja, wenn's gut läuft, 16 Spielen mit deutscher Beteiligung. Beteiligung. Wie sieht denn hier dein Arbeitsalltag aus bei der Europameisterschaft in München? Ich hab' das Outtake-Video. Ich hab' niemals gedacht, dass Tischtennis so krass ist. Ey, ich hab' Lust, dass es auch nass. Ähm. Warte mal, warte mal. Deal. Deal. Hahaha! Ahahaha! Weißt du, was das? Ja, ja, jaaa! Ich war so, Sophia, bitte, Merck's! Bitte, Merck's! Einfach belasten! So lange! Ich bin so gut dabei! So, ihr könnt nochmal starten, auf der Action. Jörg Roskopf, der Bundestrainer. Bist du ein Bundestrainer? Ja. Über Wechsel. Ne, ne, alles gut. Wenn ihr schon sehen könnt, jetzt sind wir am wichtigsten Ort angelangt, der Halle. Hinter mir spielen schon ganz viele Spieler. Und ja. Hi Leute, wir stehen jetzt hier vorm Zimmer von Annette Kaufmann. Mal schauen, ob sie die Tür aufmacht. Und wenn ja, ob ihr einen kleinen Einblick bekommen in ihr Zimmer und in ihre Tasche. Das war wohl nix. Guten Morgen, Tischtennis Deutschland. Hattest du dich morgen an? Bist du dich morgen an? Du musst aber früh aufstellen. Ach nee. Ich hab 5 Uhr bilanz. Ne, deswegen spielst du mich 5 Uhr auf. Wenn wir mehr an rangehen. Noch mehr, noch mehr. Ich spiel auch noch nicht. Aber ich. Aber ich. Sophia Klee, Sie sind ja hier auch als Spieler, auch als Fan. Von wem kann man sich hier am meisten abgucken? Was sagen Sie, wer ist Ihr Lieblingsspieler? Ist natürlich jetzt schwer zu sagen, weil sehr, sehr viele europäische Spitzenkandidaten hier sind. Wirklich hohes, hohes Niveau. Aber was ich ganz besonders sagen muss. Ne, wir wollen gar nicht zuhören. Aber wenn Sie eine, Annette Kaufmann und Francesca Schreiner, die gefallen mir besonders gut. Die sind wirklich motiviert, aggressiv, spielen hier wirklich ein tolles Tischtennis für ihr Alter. Und ich bin einfach nur begeistert und freue mich, die beiden mal live zu sehen und vielleicht auch ein Autogramm und ein Foto zu bekommen. Ich danke dir. Alter. 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 Alter.